Ich möchte ein paar einleitende Worte zu ihm als Person sagen. Den meisten hier wird Biko Bodhi ja wohl vertraut sein, aber vielleicht manchen nicht. Also er gehört der Schule von Njana Tiloka an, war ja der erste Festlandeuropäer, der ordiniert hat. Und es ist eine sehr einflussreiche Schule geworden. Njana Punika war dann der Hauptschüler von Njana Tiloka und Biko Bodhi wiederum der Hauptschüler von Njana Punika. Und er hat ja schon 72 hat er ordiniert, vorher in Philosophie promoviert in New York. Ist also jetzt seit über 30 Jahren ordiniert. Und er hat früh erkannt aus Sri Lanka, dass seine große Aufgabe darin besteht, die ältesten Quellen des Buddhismus in modernen Neuübersetzungen breiter zugänglich zu machen. Und obwohl er ursprünglich nicht intentierte, hauptsächlich Übersetzer zu sein, hat sich das dann so ergeben. Also er hat ja die umfangreichsten Neuübersetzungen geliefert, die jetzt gegeben sind. Vorher gab es ja nur die wesentlich älteren Übersetzungen der Palitex Society oder im Deutschen die sehr alten und auch christlich gefärmten Übersetzungen von Karl Eugen Neumann. Und Biko Bodhi hat ja die Leistung vollbracht, erstmals relativ, also sehr weitgehend authentische Übertragungen dieser alten Texte zu liefern. Mit einem umfassenden Anmerkungsapparat, der es auch relativ außenstehend möglich macht, mit diesen Texten zu arbeiten. Also das sind ihm, wir alle als Buddhisten, sehr zu Dank verpflichtet. Ja, er reist wenig. Es war vor ein paar Jahren, dass er das letzte Mal in Hamburg war. Und insofern ist es aber eine sehr seltene Gelegenheit, ihn heute begrüßen zu können. Er ist gekommen nach Hamburg wegen des Nonnenkongresses, der jetzt in den nächsten Tagen stattfindet. Und da wird er einer der Schlüsselredner sein. Ja, und wir freuen uns sehr auf seinen Vortrag heute Abend. Es wird ein Kommentar sein zur Rede des Wissens des eigenen Geistes aus der angereihten Sonnachung. So, ich bin glücklich, dass wir wiederholen. Okay. Ich möchte zuerst einmal seine Dankbarkeit ausdrücken, heute hier sein zu können. Und auch einige Dhamma-Freunde wiederzusehen, die er seit einiger Zeit nicht gesehen hat. Ich fühle mich ein bisschen entzündet, weil ich weiß, dass einige von euch die Dhamma seit 30, 40 Jahren studiert haben. Und ich glaube, ich sehe auch Dr. Helmut Hecker hier heute Abend, der Veteran Dhamma-Teacher ist. Und ich würde meistens sagen, dass ich publikamente über eher simple und basic Dhamma-Topiken spreche. Ich fühle mich fast etwas eingeschüchtert, weil die meisten von Ihnen sich ja schon seit Jahrzehnten mit dem Buddhismus beschäftigen. Und ihr seht ja auch Dr. Helmut Hecker, der ein ganz ausgewiesener Experte ist. Und trotzdem möchte ich heute als Thema ein eher generelleres Thema nehmen. So, ich hoffe, dass Sie nach dem Vortrag nicht enttäuscht sein werden, dass ich ein relativ einfaches Thema genommen habe. Und Sie denken, dass Sie dann nicht denken, naja, jetzt müssen wir nochmal fünf Jahre warten, vielleicht wird es ganz spezieller. Aber was ich gelernt habe in meiner langen Zeit als Mensch, seit über 30 Jahren, ist, dass manchmal die einfachsten und grundlegendsten Schritte auch die wichtigsten sind auf dem Pfad. Und die Texte that I've chosen as the subject for the Discourse tonight ist ein Sutta that occurs in the Anguttara Nikaya. It's the book of 10, Sutra 51. And the subject of this discourse is knowing one's own mind, which is an important but also a very difficult subject. Also das Thema, das ich heute gekommen habe, ist ein Kommentar zu dem Sutta 51 aus Book 10, der angereihten Sammlung. Und das ist die Rede über das Kennenlernen oder die Erkenntnis des eigenen Geistes. In der Lehre des Buddha steht der Geist ganz im Zentrum des Fokus im Dharma. Und der Buddha betont den Geist deshalb so stark, weil in seiner Lehre der Geist als Quelle von Glück wie Leid gilt. Unsere Körper erfahren Schmerz, sie sind immer wieder der Krankheit ausgesetzt. Sie sind permanent dem Prozess des Alterns unterworfen und irgendwann werden sie sterben. Das ist das unausweichliche Schicksal von allen, die körperliche Existenz angenommen haben. Aber es gibt eine große Vielfalt möglicher Reaktionen auf diese Tatsache der körperlichen Existenz. Wenn unser Geist nicht trainiert ist, dann ist es gewöhnlich so, dass wir auf diese Vorkommnisse wie Krankheit, Alter und so weiter mit Abwehr, mit Verzweiflung oder anderen unguten Reaktionen antworten. In einer Rede der Systematischen Sammlung, und zwar der Gruppe, die sich mit den Gefühlen beschäftigt, vergleicht der Buddha dies mit einer Person, die von einem Fall getroffen worden ist und dann gleich von einem Fall getroffen worden ist. Und der erste Pfeil steht für den körperlichen Schmerz und der zweite Pfeil, der mächtiger ist, für die verschiedenen Formen des geistigen Schmerzes. But if our mind is trained and disciplined, then we fall ill, we meet with physical pain, we grow old, we die. But we can accept these events with equanimity, with peace, with even with a happy mind. Aber wenn unser Geist trainiert ist, dann können wir in dem Falle, wo wir mit Krankheit, Alter und Tod konfrontiert werden, mit Gleichmut, Frieden, ja vielleicht sogar mit einem gelassenen und glücklichen Geist reagieren. Der Buddha hat hier auch wieder ein Gleichnis, eine solche Person, die also weise reagiert, die vergleicht er mit einer Person, die von einem Fall zwar getroffen ist, dem Fall des körperlichen Schmerzes, aber dann nicht mehr von dem Machtvolleren Teil des geistigen Schmerzes. But I will do the Buddha one better. The arrow of bodily pain, bodily illness, if we have the right attitude, can be turned into a teacher. It can be turned into something which gives us important instructions, if we have the right attitude towards us. Ich möchte hier aber dem Buddha fast etwas ergänzen, und zwar ist es so, dass selbst dieser erste Fall des körperlichen Schmerzes als ein großer Lehrer begriffen werden kann, wenn wir lernen auch darauf weise zu reagieren. If we have the right attitude, the right perspective, then bodily pain, illness, can teach us the lessons of patience, equanimity, can teach us the nature of the body, teach us the truth, the first noble truth of Dukkha as something which is intrinsic to bodily existence. Denn die körperlichen Schmerzen können uns, wenn wir die richtige Haltung haben, ein Lehrer sein, der uns lehrt, Geduld zu üben, Gleichmut, und der uns eine Möglichkeit gibt, in die Natur des Körpers tief zu blicken. And so, in this way, the experience of bodily pain and illness can help us in the development of wisdom. Und so kann also auch körperlicher Schmerz uns dabei helfen, Weisheit zu entwickeln. Okay, in life, we also meet with, we call the pairs of worldly opposites. Im Leben sind wir auch mit den sogenannten Paaren, Gegensatzpaaren der weltlichen Paare konfrontiert. Ja, Gain and Loss, Fame and Dishonor, Praise and Blame, Pleasure and Pain. Gewinn und Verlust, Ruhm und Ruhmverlust, Kritik und Tadel, Vergnügen und Schmerz. If our mind is not developed, then we tend to become attached to what we take to be the pleasant or desirable member of each of these pairs of opposites. And we are repelled and upset by the undesirable member of each of these pairs of opposites. We then become trapped in this whirlpool of attraction and aversion, attachment and reply. Und dann sind wir gleichsam in den Strudel von Heranziehung und Abstoßung, von Begehren und Abneigung. We are constantly seeking Gain, Fame, Praise and Pleasure. And we are constantly worried or anxious about loss, dishonor, blame and pain. Dann suchen wir ständig nach Gewinn, Ansehen, Lob und Vergnügen und sind in einem ständigen Abwehrkampf gegenüber Verlust, Ansehensverlust, Kritik und Schmerz. Und so kommt es zustande, dass wir in unserem täglichen Leben keinen Frieden des Geistes erfahren. Um geistigen Frieden zu verwirklichen, geistige Stabilität, müssen wir unseren Geist trainieren, dass er über diese Gegensatzpaare hinausgeht. Und den Geist zu trainieren ist nicht nur wichtig für das Glück und Wohlergehen in diesem jetzigen Leben. Es ist auch deshalb wichtig, weil der Geist die Quelle all unserer Aktionen ist und es sind unsere Aktionen, die das Karma darstellen. In den ersten Versen des Dhammapada, also des Pfades zur Wahrheit, sagt der Buddha, dass der Geist der Vorläufer aller Dinge ist, der Herrscher aller Dinge. Es ist der Geist, der unseren körperlichen und sprachlichen Handlung vorangeht. Und es ist der Geist, der die Quelle unserer Willensregungen und Äußerungen ist. Und so, first, through our mental activity, we make plans and decisions. And then these plans and decisions become expressed in speech and in bodily actions. And these actions, these willed actions that we perform, have consequences that go far beyond what we can see and experience in this present life. Und diese von unseren Willensregungen motivierten Handlungen haben Konsequenzen, die weit über unser jetziges Leben hinausreichen. The wholesome and unwholesome actions we perform create or build up our destiny in future lives, in our next life and in life after life after that. Unsere heilsamen und unheilsamen Handlungen formen unser Schicksal in diesen kommenden Leben. Und so, if we want to avoid an unpleasant, unfortunate rebirth, a rebirth into one of the planes of suffering and to ensure ourselves a fortunate, favorable existence in the next life, then we have to be sure that we are training the mind and directing it in the proper way. But for Buddhism, the training of the mind has a still higher purpose, and that is the purpose of liberation. For Buddhism, the ultimate goal is liberation from this entire cycle of birth and death. And what keeps us in bondage to the cycle of birth and death, the samsara, are the defilements of the mind. Und was uns gefesselt hält an diesem Zyklus von Geburt und Tod, das sind die Verblendungen. The most basic defilements are what are called in the text the asafas, translated in different ways. Also, die grundlegendsten Verblendungen sind die sogenannten asafas, wird in verschiedener Weise übersetzt. Unheilsame Einflüsse ist eine Übersetzung. Also, ich selbst folge Njana-Mohli in seiner Übersetzung, der übersetzt asafas mit Befleckungen. Aber ich bin nicht wirklich glücklich mit dieser Übersetzung. Also, die unheilsame Einflüsse ist auch eine gute Möglichkeit. Also, diese Befreiung von diesen ständigen Runden von Geburt und Tod hängt davon ab, ob wir unseren Geist von den asafas, den unheilsamen Einflüssen und Befleckungen, befreien können. Und diese Befreiung des Geistes von den Verblendungen hängt zusammen mit der Entwicklung von Weisheit. Weisheit entsteht in einem Geist, der geläutert worden ist, der fokussiert und konzentriert ist. Und das ist nicht ein Geist, der praktisch in den Konzentrationszustand gezwungen worden ist, sondern der über längere Zeit in diesen konzentrierten Zustand gebracht worden ist, durch Training. Und um den Geist in dieser Weise allmählich formen zu können, müssen wir zuerst einmal unseren Geist verstehen. Jeder von uns hat spezielle Charakteristiken für seinen Geist. Wir haben unsere speziellen Stärken und auch Schwächen. Und diese Sutta, um das es heute geht, über das Wissen oder das Kennen des eigenen Geistes, gibt uns eine sehr feine und genaue Anleitung, wie wir unseren eigenen Geist kennenlernen können. Die Sutta beginnt so, dass ein Gegensatz aufgemacht wird zwischen zwei Arten, den Geist zu erkennen. Zur Zeit des Buddha gab es einige, die eine hochentwickelte Konzentration hatten. Und durch diese Konzentration war es ihnen möglich, den Geist anderer zu lesen. Das ist eine Idee, eine übernatürliche Kraft. Und einige Mönche, die haben die Konzentrationspraktiken unternommen, um diese übernatürlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Und der Buddha hat das jetzt nicht völlig abgelehnt, aber er hat zugestanden, dass diese speziellen Fähigkeiten von hochkonzentrierten Mönchen entwickelt werden können. Aber er hat das nicht besonders betont. Und das ist nicht eine Qualität, die er von seinen Schülern generell erwartet hätte. Aber die Qualität, die der Buddha von all seinen Schülern erwartet hat, das ist ein Geschick im Erkennen des eigenen Geistes. Denn wenn wir unseren Geist trainieren wollen, dann müssen wir die Verantwortung dafür übernehmen, unseren Geist zu entwickeln. Und um den Geist entwickeln zu können, müssen wir die Wege unseres Geistes kennen. Und das Sutta beginnt so, dass er sagt, also ein Mönch, der, wenn er auch den Geist anderer nicht erkennen kann, der sollte aber das Geschick entwickeln, den eigenen Geist zu erkennen. Und in dieser Weise solltet ihr euch trainieren. Und um dies zu illustrieren, gibt der Buddha ein Gleichnis. Das Beispiel bezieht sich auf einen jungen Mann oder eine Frau von schönem Aussehen. Und die sehen ihr Antlitz in einem Spiegel oder einem Teich. Wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass zur Zeit das Buddha ein Spiegel wahrscheinlich ein absolutes Luxusgut war. Und deshalb, wenn ein junger Mensch sich selbst sehen wollte, dann musste er ein Wasser abnehmen. Of course, nowadays, anybody can buy a mirror in a 5- und 10-Cent-Shop. Das ist heute natürlich anders. Ja. Okay, but if this young man or woman then sees that their face has any dust or blemish on the face, then they will make an effort to remove it. Und wenn dieser junge Mann oder diese junge Frau sieht, dass es irgendeinen Makel auf dem Gesicht gibt, dann wird er Anstrengungen unternehmen, um diesen Makel zu entfernen. But if they don't see any blemish on the face, then they will be very happy and think that I look fine. Aber wenn er oder sie erkennt, dass es da keinen Makel auf dem Gesicht gibt, dann wird er oder sie sich glücklich fühlen und sagen, okay, das ist in Ordnung. Und so the Buddha says that this is the way in which, since he's talking to the monks, he says, this is the way that a monk should examine himself in order to grow in kusala-dhammas, in wholesome qualities. Und in dieser Weise sollte ein Mönch sich selbst, oder sein Geist untersuchen, so dass er in den heilsamen Dingen wachsen kann. Then the Buddha gives a list of the kinds of questions that one should use when examining oneself. Dann gibt der Buddha eine Liste von Fragen, die man anwenden sollte, um sich selbst zu untersuchen. And these ten questions lay out ten qualities, which are pairs of positive and negative qualities. So one has to examine oneself to see whether one has this particular defilement in the mind, occurring often, regularly, or whether one is usually often free from this particular defilement. Und es wurde einem hier empfohlen, dass man sich selbst untersuchen sollte, daraufhin, ob man diese spezielle positive Qualität hat und ob man von der negativen frei ist. Und das ist eine sehr praktische Übung, und um diese auszuführen, müssen wir nicht in einer formalen Meditationshaltung sitzen. In jeder Körperposition, unter allen Umständen, egal wo man ist, kann man immer diese Reflexion durchführen, um den eigenen Geist einzuschätzen. Man kann diese Liste von Fragen, die der Buddha hier in diesem Sutta nennt, als Kategorien nehmen, um den eigenen Geist zu verstehen. Und in dieser Weise, man kann sich zu einem Verständnis von den Dispositions, Inklinationen, Tendenzen eines Minds. So man weiß, was man die Qualitäten sind, die man zu eliminieren muss, und was man die gute Qualitäten, die man bereits besitzt, Und so kann man ein klares Bild sich verschaffen über die Neigungen, die Ausrichtungen des eigenen Geistes, Und sich klar werden darüber, welche positiven Eigenschaften man hat, und die es weiter zu entwickeln gilt, und welche negativen Eigenschaften es zu überwinden gilt. Okay, I will read the list of qualities from the Sutta. I'd actually requested that copies of the Sutta be, photocopies be made and be made available to everybody who attends in English. Okay, so Buddha continues and says, One should ask oneself, am I often full of longing, longing here is Abhijah, which is really a synonym in this context for desire or craving, or often without craving. Erste Frage ist, bin nicht oft, man sollte sich fragen, ob man oft frei oder voll von Verlangen ist, oder ob man öfter frei von Verlangen ist. Am I often full of ill will, or often without ill will? Die gleiche Frage dann, ob man öfter voll von Abneigung oder Übelwollen ist, oder frei von Übelwollen. Am I often overcome by dullness and drowsiness, or am I often without dullness and drowsiness? Bin ich oft voll von Dumpfheit und Müdigkeit oder ohne diese Eigenschaften? Am I often restless, or often without restlessness? Bin ich oft ruhelos, oder oft ohne Ruhelosigkeit? Am I often given to doubt, or often without doubt? Habe ich oft Zweifel, oder bin ich oft ohne Zweifel? Am I often angry, or often without anger? Bin ich oft mit Ärger, oder ohne Ärger? Is my mind often defiled, or often undefiled? Ist mein Geist oft verblendet, oder frei von Verblendung? Is my body often agitated, or often unagitated? Ist mein Körper oft in einem aufgeregten Zustand, oder nicht in einem aufgeregten Zustand? Am I often lazy, or often energetic? Bin ich oft träge, oder oft energiegeladen? And then the tenth, am I often unconzentrated, or often concentrated? Das zehnte Paar ist, bin ich oft konzentriert, oder oft unkonzentriert? Now if we see that the way the Buddha has divided all these qualities of the mind first into the, each quality into two categories one is, for example, having a mind of longing or craving or a mind without longing, and so on a mind full of ill will, or a mind without ill will we see that the training of the mind is an ethical training it's a training aimed at mental purification and if we look at the nature of these opposite pairs which the Buddha here describes, and what one should ask there is, then you can see that it's about an ethical training, a training of inner recognition because it's always about the positive qualities from the negative So the Buddha is not interested in developing a complete psychology the way a modern theoretical psychologist might but he takes the factors of the mind that are of primary interest from the standpoint of the project of gaining liberation and this project involves a purification of the mind and to achieve this mental purification the different qualities of mind are divided into the two classes or categories of the unwholesome qualities and the wholesome qualities and the unwholesome states of mind are those qualities which we can say darken the mind which pull the mind down and which obstruct the arising of wisdom and so to allow the light of wisdom to arise and to shine one has to purify the mind by removing these unwholesome qualities which are obstructive to the arising of wisdom And to come back to the mind that the light of wisdom appears in oneself is also the task of the spirit of these negative qualities within these two parties to be free because they prevent the development of wisdom and that we look at these at the quality the ten specific qualities that are listed here and attend particularly to the first five when we see that they form a particular set does anybody recognize what set they form? Also wenn man sich jetzt diese zehn Qualitäten anschaut insbesondere die ersten fünf dann kann man da eine bestimmte Systematik erkennen erkennt irgendjemand diese Systematik? He's on this You're right The first five are the familiar five hindrances Die ersten fünf sind die wohlbekannten fünf hindrances Often in the listing of the five hindrances or in the exposition of the suttas instead of using the term karma chanda sensual desire the word abhija is used which is here translated longing Ja, nur dass oft in der Liste der fünf hindrances von karma chanda die Rede ist also eher sinnlichen begehren und hier ist von abhija die Rede also sehnen sehnsucht But I find it interesting that the Buddha instead of just listing this as a doctrinal set the five hindrances he's sort of blending it into a larger scheme of examining the mind a larger scheme for examining the mind But what's interesting here is that the Buddha also practically here not the five hindrances as a doctrinal rei bringt sondern sie eingliedert in a larger context in which it is about the investigation of the spirit and the other five qualities that are mentioned seem to be related in some way to the five hindrances we can't say that they're entirely separate from them for example number six am I often angry or often without anger would be related to number two ill will but there's some difference like anger can be something that arises towards somebody momentarily whereas ill will would be like a persisting aversion towards somebody während sich diese zweiten fünf innerhalb dieser zehn qualitäten durchaus auf die ersten fünf beziehen zum Beispiel sechste faktor ärger hat eine beziehung zum zweiten faktor übel wollen beim ärger ist es eher ein akutes auftreten von abwehr gegenüber einer bestimmten person während übel wollen eher eine beständigere qualität im geiste ist I have to confess number seven is my mind often defiled or often undefiled I can't find a more specific meaning for that I must bekennen dass ich bei dem siebten paar wo man fragen soll ist der geist verblendet oder nicht verblendet er keine spezifischere bedeutung dafür findet was so sehr general also die Aussage ist dass dieses siebte paar scheint sehr generell zu sein nicht sehr gezielt es scheint so dass dieses siebte paar all das abdecken soll was durch die gezielteren Qualitäten der anderen Paare nicht abgedeckt worden ist because the next says is my body often agitated or often unagitated so that seems to be referring now to a pattern of behavior rather than a state of mind as such then the next am I often lazy or often energetic also can refer to patterns of behavior or the question is man trage or energy bezieht sich auch eher auf Verhaltens Muster and ten am I often unconcentrated or often concentrated refers to the results of let's say the cumulative effect of all the preceding factors if one has a mind that's often defiled by the different defilements then that mind will tend to be unconcentrated whereas if the mind is often free from these defilements then it will become easier for the mind to become concentrated and the tenth is a logical finish of the qualities because if the spirit often from negative sides of the partners are in a unconcentrated state and if the positive elements are developed then is in a concentrated state okay then after the Buddha lays out the scheme of qualities of mind then he gives advice to the monks he says that if one knows that one's mind is often full of craving full of ill will and so on then one should make an extraordinary effort to abandon these unwholesome qualities Im nächsten Schritt des Sutta gibt der Buddha dann einen Rat wenn man also Klarheit darüber gewonnen hat ob der eigene Geist oft in einem bestimmten negativen Zustand ist dann geht es jetzt darum Schritte zu unternehmen um von diesem Zustand frei zu werden und er vergleicht das mit einer Person deren Hut oder Kleider Feuer gefangen haben und diese Person würde natürlich sofort alle Anstrengungen unternehmen um dieses Feuer auszulöschen Und so wendet sich auch der Buddha in diesem Sinne an die Mönche dass sie alle Anstrengungen unternehmen sollten um diese negativen Qualitäten aufzugeben Okay so the question comes up how does one overcome these unwholesome qualities of mind And this points to the whole big field of Buddhist mind training And that bezieht now on the whole field of Buddhist spirit training Because you can say that the main emphasis of the Buddhist teaching is precisely on the methods for training the mind to overcome the unwholesome qualities and to develop and perfect the wholesome mental qualities because the main 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 point in the religion of Buddha is of the forms of how we train the spirit to be free and develop unwholesome qualities of mind So there are different methods that we could apply in daily life and in formal meditation practice to help us to overcome these unwholesome qualities of mind and there are different methods that we can use both in everyday life as in formal meditation practice to overcome these unwholesome qualities of spirit to overcome one method that you can use to build up we can call this a force of resistance in the mind for example to the five hindrances is to do a daily reflection on the disadvantage or harm of the five hindrances for example you can contemplate the simile that the Buddha gives comparing the five hindrances to things which are undesirable situations that you would want to avoid in Deghanikaya second Sutta and Majjima Nikaya Sutta number 39 there's a comparison of sensual desire to being in debt ill will to illness state of illness dullness and drowsiness to slavery to prison to being in prison restlessness and remorse to slavery and being in debt to crossing a desert so in two sutta the five hindrances are compared to be garen the five okay one by one is easier okay sensual desire is compared to being in debt also das sinnliche Vergnügen wird verglichen damit eine Schuld zu haben ill will is compared to a state of illness dullness and drowsiness compared to being in prison dregheit niedergeschlagen hat damit in einem gefängnis zu sein restlessness and worry compared to slavery and being in doubt the hindrance of doubt is compared to crossing a desert so if you reflect and contemplate the five hindrances in this way then this will create in your own mind a state of resistance to the five hindrances and if you think about things about the five hindrances up a force of resistance in the mind to the five hindrances it is it is you make one or two minutes in this way about the five hindrances on 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 spot elimination that is when you notice the unwholesome mental state you try to cut it off don't dwell on it and don't allow it to proliferate and to be able to do this skillfully it's useful very important to have some practice of formal meditation so when you practice sitting regularly attending to a meditation subject like mindfulness of breathing loving kindness meditation or any other meditation subject that you find congenial this helps to build up a certain force of mindfulness and concentration so that when unwholesome qualities come into the mind then you can recognize them more quickly and eliminate them when they come when we for example in our formal meditation practice regelmäßig awareness of the and out of meditation or the love meditation then will there a certain amount of patience sometimes one might find it difficult to focus upon a single object like the breathing the rising and falling of the abdomen or a subject like loving kindness one might then simply sit and watch the mind flowing past observing each thought as it comes in and passes away without attaching to any thought but letting the mental states come in and pass away each one flowing by without any clinging to it when it is it even it is difficult to be with the one and out of atmen to be or with the and sen of the back deck is it also can be to be einfach die vorbeiziehenden Geisteszustände klar zu machen also sich praktisch auch den Wandel zu vergegenwärtigen und dadurch nicht an diesen Fluss anzuhaften Diese Vergegenwärtigung wird den Zugriff der unheilsamen Qualitäten über den Geist schwächen Das bedeutet nämlich dass wir dann nicht mit den Gedanken identifiziert sind Es gelingt uns einfach das Entstehen und Vergehen der Gedanken zu sehen ohne sie misszuverstehen als ich oder mein Wenn wir aber schon vertrauter mit unserem Geist sind und erkennen dass irgendeine dieser Qualitäten einen besonderen Zugriff auf uns hat dann kann eine Methode sein dass man ein spezifisches Gegenstück in der Meditation zu dieser Qualität anwendet Wenn jemand zum Beispiel viel mit Übelwollen mit Übelwollen Ablehnung zu tun hat dann wird dieser Person empfohlen die Praxis der liebenden Güte regelmäßig durchzuführen Oder wenn jemand viel mit Ruhelosigkeit mit einem wandernden Geist zu tun hat dann wird einer solchen Person empfohlen dann wird einer solchen Person empfohlen sich in der Praxis mit einem einfachen Objekt zu befassen etwa dem Ein- und Ausfließen des Atems Es ist in jedem Fall generell gut die Bewusstheit des Ein- und Ausatmens zu kultivieren um damit sich Klarheit über die Vorgänge im eigenen Geist zu verschaffen Wenn wir uns dann aber auf diese Weise klar geworden sind dass wir mit ganz bestimmten Schwächen immer wieder zu tun haben dann können wir eben auch gezieltere Methoden anwenden etwa solche bewussten Gegenstücke zu bestimmten negativen Qualitäten Okay, then at the end of the Sutta the Buddha says that when one knows that one's mind has been cleared of these defilements of the mind then one should establish oneself upon the wholesome qualities of the mind and make an effort to reach the destruction of the Asaphers that is an effort to reach full liberation of the mind Wenn man dann so weit gekommen ist dass man sich von diesen negativen Qualitäten des Geistes gewissem Maße befreit hat dann soll man sich fokussieren auf die Entwicklung der positiven Qualitäten um letztlich die Befreiung des Geistes von diesen unheilsamen Einflüssen zu verwirklichen This of course is pointing to a very high level of attainment I don't think we have to push ourselves higher to a higher level than we are already at but we should start at a rather humble level and simply examine the state of our mind in the course of our everyday life to try to understand what are my weaknesses and also what are my strengths Also dies bezieht sich jetzt auf eine sehr hohe Entwicklungsstufe generell sollten wir uns aber in erster Linie darum kümmern Klarheit über unseren Geist in unserem Alltag zu bekommen und zu verstehen was wie sich die unheilsamen Qualitäten äußern und wie wir die heilsamen Qualitäten entwickeln können Now there's a counterpart or a parallel to the Sutta in the Anguttara Nikaya Es gibt eine Parallele zu dieser Rede in der Angereiten Sammlung that's been preserved in Chinese translation in the Chinese counterpart to the Pali Majjima Nikaya Und das ist erhalten in den chinesischen Übersetzungen also in der Gegenstück also in der Parallele zu den Sammlungen des Palikamons Ja Das ist in the Chinese Majjima Agama Sutta Number 110 Das ist die Rede Nummer 110 in der chinesischen Majjima Agama die der mittleren Sammlung entspricht And in the directions in that Sutta for examining the mind besides mentioning the defiled qualities and their absence that one should examine it says one should also examine one's mind to see whether one's mind has often has faith or is often without faith whether the mind is often with energy or without energy whether the mind is often with mindfulness or without mindfulness often with wisdom or without wisdom Ja Was da noch hinzukommt in dieser chinesischen Version ist sind vier Paare das ist ob der Geist mit Energie oder ohne Energie ist mit Glauben ohne Glauben Energy Faith Energy Faith No Faith Energy Laziness Drehkeit Mindfulness Achtsamkeit No Mindfulness and Wisdom or Lack of Wisdom und Weisheit oder Keine Weisheit and of course Concentration and No Concentration are already mentioned Ja und Konzentration gehört ja schon zu den Zehnen die sich da wiederholen So this version of the Sutra is mentioning besides the filed qualities of mind it's also mentioning that one should examine one's mind to see whether the qualities that correspond to the five Indrias the five spiritual faculties exist or not also was da noch hinzukommt ist dass man sich klar werden soll ob die Qualitäten die den fünf Fähigkeiten also bestimmte Lehre entsprechen ob die da sind oder abwesend sind Er war ohnehin fast zu Ende die letzten Sätze und dann gibt es eine Pause und danach sind dann Fragen und Antworten Ja so from this version of the Sutra we say we shouldn't only look just for defilements and whether the mind is clear of defilements but we should also look for positive potentials in the mind and seek the seeds of those positive potentials and bring those positive potentials to fuller development till they become strong allies in the work of achieving full mental development and liberation also was dann hinzukommt in dieser chinesischen version ist dass man sich also nicht nur über die verschiedenen Formen von Verblendung klar werden soll oder ihre Abwesenheit sondern es ist ein spezieller Fokus auch auf diese positiven Qualitäten wie sie mit den fünf Fähigkeiten beschrieben sind um den Geist weiterzuentwickeln also Glaube Energie Achtsamkeit Konzentration und Weisheit und wir können also in unserer Praxis eine Reflexion daily Reflexion on diese fünf Qualitäten sogar nur ein oder zwei Minuten denken an die beauty von Faith Energie Mindfulness Konzentration und Wisdom wie ein in die andere und wie wenn alle zusammen arbeiten sie culminate in der Mind Liberation können wir auch in unseren täglichen Kontemplationen so vorgehen dass wir uns über die Schönheit das Besondere dieser fünf Eigenschaften klar werden also von Glauben Energie Achtsamkeit Konzentration und Weisheit Okay I will thank you all for your attention and now we will take a little break and then we can come back and have questions and answers Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt eine kleine Pause und dann gibt es eine ausschültige Frage und Antwort Ich würde gerne noch etwas sagen Wir würden heute gerne um eine besondere Spende bitten Der Walter ist ja aus New York gekommen und er hat auch zwei Nonnen mitgebracht zu diesem Treffen in Hamburg und wir würden gerne einen Teil der Flugtickets übernehmen Dankeschön Tja Herr Lange in zidische Pause fährt da auf durch Luft zekoniert las in der An Bek Ich wollte nicht tun Fäh 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah, may I ask the question? English. Yeah, I may. About these ten negative qualities. Right. There are two which I wonder about. Yeah. Now, at an advanced, very, very advanced stage, I can understand these are negative. Yeah. But on the way there, which is a very, very long way, I wonder whether anger is totally negative. Yeah. One point. And then longing. But maybe that is a matter of translation also. Yeah. Because longing can give you a good impetus and energy and motivation. So if you would say... Okay. This is a good... Moment. Then I ask myself, if two of these qualities do not have a good side, and that one is anger and the other one is longing, also desire, desire, desire for something, a strong wish for something. Okay. Both are good questions. I'll take the second point first. The second point indicates to me that there is a fault in this translation, which is my fault, because this is my own translation. The second point makes me clear, that there is a mistake in this translation, and that is my mistake, but it is my translation. It suggests that longing is not a good translation for the Pali word Abhijah. Eigentlich ist nämlich Sehnsucht keine gute Übersetzung für den Pali-Begriff Abhijah. Earlier I had been using the word covetousness, which is a word that we never use in English anymore. Früher habe ich den Begriff Begehrlichkeit verwandt, aber das ist ein Begriff, den wir heute im Englischen überhaupt nicht mehr verwenden. Aber der Begriff Abhijah legt eigentlich eher eine Qualität von Gier oder Verlangen nahe. Und hier in diesem Kontext scheint es eine Ersetzung für Pali-Karmacanda, also das sinnliche Begehren zu sein. So the word longing, actually, the English word longing could mean a longing for wholesome things, for good things. That would be definitely a positive quality. Okay, now, anger is a trickier point, because I'm an American. And often these days I'm very angry with what goes on in my country. I'm angry about what is going on here. But I don't think your country spends 500 billion dollars on armaments. Yeah, also mit Ärger ist das so eine Sache, weil ich muss zugeben, dass ich heutzutage also manchmal sehr ärgerlich bin über das, was in meinem Land passiert. Heller hat dann gesagt, naja, das gilt auch für hier. Und er antwortet, aber ich glaube nicht, dass hier 500 Billionen Dollar für Aufrüstung ausgegeben mit. I was thinking of all the humans thrown out of employment. These things. Economic. Okay, but let us say that, this is the way I would understand it. Anger as a subjective state which gets possession of one and sort of pulls down the mind, obsesses the mind, is a quality that we have to overcome. It's a negative quality that we have to overcome. Also, Ärger in dem Sinne, dass es eine besetzende Qualität ist, also die einen, den Geist herunterzieht. In diesem Sinne ist Ärger natürlich etwas, was wir loswerden müssen. But I would say that there is often a need to develop a quality that I would call moral courage, moral courage and resoluteness, which means that when one can see that a certain situation is unjust, oppressive, harmful, one wants to oppose the situation and so one has to arouse within oneself the strength, the courage, the determination to oppose that. Also, das ist zu unterscheiden von moralischer Entschlossenheit. Denn wenn man objektiv erkennt, dass es einen misslichen Zustand gibt, einen ungerechten Zustand, dann muss man in sich die Kraft aufbringen, sich dem zu widersetzen, den Widerstand zu leisten. Denn wenn man nämlich vollkommen klar wahrnimmt, was im moralischen Sinne richtig ist, dann hat man auch die Entschlossenheit, diesem Prinzip treu zu bleiben, egal wie die Umstände sind. Und dann bleibt man auch standfest in der Haltung des Widerstands gegenüber denjenigen, von denen man klar sieht, dass sie in einer Unrecht tun, dass sie schädliche Auswirkungen haben. Aber gleichzeitig, trotz dieser Entschlossenheit, achtet man darauf, dass man im Geist keinen Ehrer keine Wut entwickelt hat. So bleibt man stark in dieser Selbstverpflichtung gegenüber dem, was man als gerechtes und richtiges Prinzip erkannt hat. Und stark in dieser Opposition gegenüber dem, was man als ungerichte oder unmoralische Handlungen in anderen wahrnimmt. Aber das kann man eben sehr wohl tun, ohne gleichzeitig Ärger oder Hass auf diejenigen zu empfinden, die so vorgehen. Also ich wüsste gerne bestimmt, dass ich meine Lesung zu haben, dass er an der Übersetzung von der angereiten Sammlung arbeitet und wann die dann erhältlich ist und was er als nächstes übersetzt. He has heard that you are working on the translation of the Angutta or Nikaya, and you would be interested when this will be published, and what will be your project after that? It might be about two years before it's finished. It's hard to say exactly when it will be finished, but it might take altogether about two more years after that. I don't know. No, I have no intention to do the Kudu or Nikaya. Also er schätzt etwa noch zwei Jahre, dann wird er dann fertig sein. Es fehlt da noch eine Sammlung. Ich habe gefragt, warum nicht die kürzere Sammlung? Und dann hat er gesagt, dass er keine Absicht hat, die kürzere Sammlung zu übersetzen. Vielleicht sollte er dann nach dieser Übersetzung als Hauptprojekt seinen eigenen Geist bemerken. Ich habe eine Frage. Wie viele Hemmungen, die aufgezählt werden in dieser Reihenfolge, Ist es eine Aussage darüber, dass die Ärzte hängen am stärksten oder am schlimmsten der Antwort ist, oder ist es eine willkürliche Teile, oder steckt da noch etwas dahinter? A question regarding these five hindrances. Should it be understood in that way that there is a certain logic, such that, for example, the first quality is the strongest, or is it a rather arbitrary sequence? Of the five hindrances. Of the five hindrances. The way I would understand it, I would see the first two hindrances are the two strong, we call these the two grossest hindrances, the two strongest hindrances. That is, sensual desire, greed or craving, and ill will. Sinnliches Verlangen oder Gier, und Übelwollen. And maybe different people will incline more towards one or the other of these two hindrances. Und je nach Typus kann es schon sein, dass eine Person mehr zum ersten oder zum zweiten Hindernis neigt? And then the other three hindrances, dullness and drowsiness, sometimes translated sloth and torpor, restlessness and remorse and doubt, are subtler and, you would say, weaker, though of course for some people it could be quite strong, but, let's say, they're subtler than sensual desire and hatred, and they're more closely connected with delusion, I think, or ignorance as the underlying root. And the next three hindrances, also drehigkeit, dumpfheit, ruhelosigkeit and zweifel, die sind subtler und haben mehr mit grundlegenden Verblendungen zu tun. More with basic delusions of the mind. With delusion as the root, you know, the three roots, so we could say the first hindrance is connected with loba as the root, the second hindrance is connected with dosa, with hatred as the root, and then the other three hindrances seem to be connected with moha as the root. Ja, also diese drei letzten, die sind mehr verbunden mit der dritten der drei primären Geistesgifte, nämlich Verwirrung, Verblendung auch manchmal übersetzt, während die ersten beiden hindrances, die sich eben beziehen auf die ersten beiden Geistesgifte, also Geh und Hass. Das sind spezifische Aspekte von dieser Qualität. You said at one point that it's not a complete picture of how the mind works. The Buddha's emphasis was on giving the explanation for liberating practices. You took this as an example. Would you say that generally applies to the whole approach of the suttas? More or less? At least compared to the commentaries of the Abhidhamma? Generally, I mean, there are some suttas which have, you could say, give more, a little more, which later foundations say for a more theoretical psychology than this particular sutta here. But they're not developed in a lot of detail. Because the concern is not to develop a theoretical analysis of the mind in all of its functions. But the emphasis is always quite a practical one. But it doesn't apply to the Abhidhamma? I have to say, even the Abhidhamma, at least in its early form, that practical purpose is still underlying the Abhidhamma. and the basic categories used for classifying mental states is a practical one. The way states of mind are divided, the basic categories of Kusala Dhammas, or Kusala Dhammas, or Byakata Dhammas. But maybe as one goes on into the Abhidhamma commentaries and later commentarial literature, then there comes to be more of an interest in the theory, the theoretical aspects of the functioning of the mind. Also ich habe ihn gefragt, weil er an einer Stelle sagte, hier wird kein theoretisches Modell vom Geist im Sinne unserer modernen Psychologie gegeben, sondern nur Erklärungen für konkrete Praktiken, um den Geist zu befreien, ob dieser Ansatz generell für die Suttas gilt. Und er hat gesagt, ja, eigentlich schon, aber es gibt bestimmte Suttas, in denen es eher in Richtung eines theoretischen Modells geht, aber generell ist dieser praktische Ansatz immer vorrangig. Und dann habe ich gefragt, ob dann diese Psychologie eher für die Kommentare und den Abhidhamma gilt. Und er meinte, auch für den Abhidhamma und die Kommentare, zumindest in den frühen Stufen des Abhidhamma, gilt das nicht. Da war auch der Ansatz vorrangig ein praktischer. Also da wird ja auch im frühen Abhidhamma unterschieden zwischen den heilsamen, unheilsamen und neutralen Geistesfaktoren, die in allen Details erklärt und voneinander abgegrenzt werden. Und das ist ein praktischer Ansatz. Aber in den späteren Stufen des Abhidhamma dann ging es immer mehr in Richtung eines theoretischen Modells. Ja, but one has to remember even that the theoretical schemes that one finds in the later Abhidhamma literature have grown out of this practical project that underlies the early Abhidhamma literature. Und selbst diese eher theoretischen Modelle des späteren Abhidhamma haben sich ganz klar ergeben aus diesem praktischen Ansatz des frühen Abhidhamma. So I think it becomes somewhat misleading to put the later Abhidhamma literature alongside contemporary works of cognitive psychology as though they're both speaking on the same level and working in the same direction. Deswegen wäre es irreführend wenn man also die Modelle des späteren Abhidhamma auf eine Ebene mit unserer kognitiven Psychologie stellen würde obwohl sie eigentlich mit ähnlichen Thematiken zu tun haben weil die Quelle dieser Modelle im späteren Abhidhamma ist klar eine praktische. Nicht die einer Erklärung sondern eines Hintergrundes für die Praxis. I think I have read that once you said or wrote that the four noble truths of suffering would be sometimes much too much be stressed and that they have to be seen in a certain context. That by just stressing the suffering putting it you know in the very first place would not be the best thing. Am I mistaken? I think maybe I'm not sure exactly what what you saw that I said but what I might have said is that if you take up like an introductory book on Buddhism basic book like what the Buddha taught it emphasizes it uses the four noble truths as the sort of framework for explaining what the Buddha taught. but when we see the way the four noble truths function within the Buddha's method of expounding the Dhamma in his own teaching career we see that the Buddha introduces the four noble truths to a listener only when he knows that this listener is somebody who already has become confident that this person is one whose mind is confident the mind is pliant the mind is adaptable cleared of the hindrances and is receptive to the teaching and so the Buddha begins introducing newcomers to the Dharma not with the four noble truths but he begins by teaching according to this gradual graduated discourse on the Dhamma the Anupubi Dhamma Kata he begins with teaching Dhan the practice of giving Sela morality some people here don't understand English I have heard I have I have I have I have that the truth the order of the four noble truths were very often to very betont. Und sie müssten in dem Gesamtzusammenhang der buddhistischen Lehre gesehen werden. Und ich habe gebeten, dass er etwas darüber sagen könnte. Also er hat gesagt, dass der Buddha sehr vorsichtig war, wann er diese vier edlen Wahrheiten gelehrt hat. Und dass generell gegenüber Leuten war, die sehr gefestigt in ihrer Praxis waren. Und das ist also für Anfänger eher um Praktiken wie Freigiebigkeit, Ethik und so weiter ging. I liked your words. I was glad to read it. It's good that you talk about it here again. Okay, so in the Buddha's way of presenting his teaching, he begins with the benefits of generosity, of morality, then he speaks about the heavens, the joys of the heavens, then he speaks about the danger, the disadvantage of the sensual pleasures, and the benefits or the blessings of renunciation. And it's at that point, the way we have it in the canonical text, that it, the text says that the Buddha knows that the mind of a listener has become confident, receptive, pliant, open to the teaching, and then he teaches that special Dharma teaching of the Buddha's suffering, its origin, its cessation, and the path. would have been understood against the background Indian understanding, which would have been that of beginningless lives in samsara, in a universe governed by the law of karma, according to which we migrate from life to life, in accordance with our volitional actions, going from one realm to another to upper realms through good actions, going to lower realms through evil or unwholesome actions, driven on by ignorance and craving. And so, to people who are listening, coming to the Dharma from that perspective, then the Buddha teaches the four noble truths, and the deeper reverberations of the teaching then become meaningful to them. Also, muss ich vergegenwärtigen, dass der Buddha einen geistigen Kontext gelehrt hat, in dem also völlig breit angenommen wurde, dass es ständige Wiedergeburten gibt, und ein Auf und Ab, je nach der Qualität der eigenen Handlungen, und die vier etlen Wahrheiten sind also auch unter diesem Vorzeichen zu verstehen, dass es also damit um den Befreiungsweg geht. aus diesem Zyklus. But if we come across a book which presents the Buddha's teaching, the four noble truths, and we come at it without that background, then it seems that the Buddha is like a brilliant psychologist, but we lose these rich implications of the teaching. Also, in bestimmten westlichen Büchern wo es dann eher nur um die vielen Wahrheiten geht, da kann es dann so erscheinen, dass der Buddha ein brillanter Psychologe war, aber es ist dieser Hintergrund zu berücksichtigen, vor dem er diese Lehren gegeben hat zu seiner Zeit. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir sollten auch nicht das Aspekt der teaching auch , weil das hilft, die Dhamma sinnvoll, ich würde sagen, das hilft, die Dhamma sinnvoll und accessible für viele Menschen, die nicht enter through understanding or accepting the teachings of Karma or Rebirth at once. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch diesen westlichen Ansatz wertschätzen, weil ja bei uns viele Schwierigkeiten hätten, mal diese Lehren von Karma oder Wiedergeburt anzunehmen. Von daher ist es durchaus gerechtfertigt, wenn man sich dann eher auf Aspekte wie die vier edlen Wahrheiten fokussiert. so the Dhamma does have this aspect that's you say directly and immediately visible. Ja, der Primär ist natürlich, dass der Dhamma diesen Aspekt hat, dass er direkt einsehbar ist, hier und jetzt. Direct correlation between the amount of craving that we have in our minds and then the suffering that we experience in our day-to-day life. Es gibt natürlich immer diese direkte Beziehung zwischen dem Maß an Verlangen, das wir in uns haben und dem Maß an Leiden, das wir in unserem täglichen Leben erfahren. Wir sind eng miteinander verbunden. Und in dem Maße, wie es uns gelingt, dass wir unser Verlangen reduzieren können, werden wir auch Glück in unserem täglichen Leben erfahren. Und wenn wir diese praxisbezogenen Lehren des Buddha verstehen und anwenden und sehen, dass sie Gültigkeit haben, dann können wir auch das nötige Vertrauen entwickeln, dass er wohl auch Recht gehabt haben muss, was diese eher metaphysischen Lehren angeht, die nicht unmittelbar für uns nachvollziehbar sind. verachten. Diese Frage habe ich vor vielen Jahren mal einem klugen Buddhisten gestellt und da wurde gesagt, das wäre eine ungünstige Übersetzung, Selbstverachtung, das sollte man doch lieber nicht tun. Da habe ich eigentlich jahrzehntelang mal rumgelaufen, habe ich jetzt gerade festgestellt bei mir, dass ich ohne Selbstverachtung eigentlich gar nicht sein kann. Und zwar, ja, ein Zusammenhang, deswegen meine Frage, ein Zusammenhang zwischen Selbstverachtung, Zweifel, Gewalt und Ego. Man sieht hier vier Begriffe, wenn der Erwürdig da noch was drüber sagen könnte. Das ist sehr komplex, soll ich es selbst übersetzen? Ja, bitte, du kannst ja gut übersetzen. Er once kam across Sutta wo es sagte, dass wenn man in such oder such a way, dann man würde despise oneself in a bad way, dann man würde despise oneself und others would despise one und so on and in German the word Selbstverachtung André would verachten and he always was wondering whether that's the right correct translation or not whether that's actually a quality to have and would diese vier Qualitäten nennen sie die nochmal? Ja, die vier Qualitäten scheinen mir in einem Zusammenhang zu stehen Selbstverachtung Zweifel Ego und Gewalt Also self despising doubt ego and violence seem to be in close correlation he says so what was ist ihre Frage ob das zutrifft dieser Zusammenhang Ja ob er zutrifft und ob der Ehrewürdige dort noch einige Hilfestellungen geben könnte für diesen Zusammenhang Does this correlation apply I mean is it correct what he says that these four qualities are closely linked or would you want to add something to that I think the sutta says that if somebody behaves like in this unwholesome way one of the disadvantages is one blames oneself yes not I don't have to translate that as despises oneself but one criticizes oneself one blames oneself which is I mean it's true if one does something which is contrary to either Buddhist precepts or the ordinary ways of good conduct then one blames oneself and the world blames one other people blame one it's not so much despising but blaming or criticizing yeah also die korrektere Übersetzung ist hier dass man sich selbst kritisiert tadelt nicht so sehr verachtet dass man bestimmte unheilsame Dinge tut dass man sich selbst tadelt im Grunde dafür auch und dass ein andere dafür tadeln das ist nicht zerachten überhaupt nicht ja also verachten wir nicht die korrekte Übersetzung ja andere also ich hätte gerne noch mal zu den fünf Fähigkeiten und fünf Vermögen Indria und Bala so wie ich den meinte verstanden habe hat er gesagt dass diese chinesische Konkurrenz da noch was dazu bringt fähigkeit und Vermögen sich morgens oder wie auch immer einfach mal vorstellen und ich möchte mal wissen wie soll man sich das vorstellen wie macht er das wie praktiziert Wenn you talked about the chines version of the sutta you said that five indrias mentioned there and you were suggesting that she wants you to daily contemplation on it and she wants to know how you actually do it yourself what contemplations are using I use actually a different set of qualities but one can use begin with faith take faith as the seed quality when faith is established then this is the seed of all good qualities the Buddha speaks of faith as the seed I'm going to be very brief because you want this to be done briefly you don't want to do a long elaborate contemplation which will take a lot of time okay you think when faith is established it's the seed think of the seed of faith is sending up the shoot of energy energy is the force enables one to do wholesome qualities to do wholesome deeds energy is applied to the development of mindfulness then think through energy applied to the development of mindfulness there arises the flowers of concentration samadhi and then from the flowers of concentration they will grow the fruits of panya of wisdom and mindfulness is exactly what within the plant either places the seed energy is growing out of the seed yeah we could say that mindfulness will be like the branches coming out but faith in what exactly faith is faith in the buddha dharma and sam weis weis is the fruit of the bloom and she has to know what love of love and he means the in buddha dharma and sangha the three juwelen it's confidence rather than faith yeah this is a matter of terms of translation yeah can you yeah it was the point you wanted to mention too because these three references for example is something one can directly experience and so the term confidence seems to be much more suitable because from her view faith seems to refer more to something that she cannot necessarily verify in her own experience okay if the word confidence if you feel more comfortable with the word confidence then use the word confidence for me in english the word because i don't come from a christian background so the word faith doesn't have those that particular resonance that christians that buddhists who have come to buddhism with a christian background will have some resistance to the word faith but i don't have that resistance to it yeah i have no christian background and von daher habe ich auch nicht diesen widerstand gegen den begriff glaube the word confidence to me seems very weak mir scheint der begriff vertrauen eher relativ schwach zu sein in dem umgekehrt confident zutrauen ist schwach faith ja habe ich doch gesagt much more ach so verzeih to me it's like i would have confidence a good doctor but a doctor is not somebody to whom i entrust my whole well sometimes i do entrust my life to a doctor but i don't entrust my whole being to a doctor the way i entrust my being to the buddha, dhamma and sangha um ja also es wie mit einem doctor um um i'm sorry i had a click oh i said basic point again yeah the word confidence seems weak to me compared to faith and the word confidence suggests the kind of feeling that i have towards the doctor so i would have confidence towards a doctor but i don't surrender my whole being to the doctor whereas faith suggests that towards which i surrender my whole being ja glauben ist für ihn eher eine qualität die beinhaltet dass man sich das ganze wesen dem hingibt woran man glaubt vertrauen ist da schwächer also zum beispiel dem doktor gegenüber würde man vertrauen haben aber hier geht es eigentlich eher um diese volle hingabe die ja eher mit dem begriff glauben ausgedrückt sieht the german word glaubt is what faith that's connected with the word belief is that correct yeah belief belief yeah what's the difference between belief and faith you see in english the word faith can have suggest meanings separate from belief faith doesn't necessarily mean believing in certain propositions but it can be an attitude of let's say complete trust complete self-surrender whereas glout i think means that you believe certain propositions to be true as divinely revealed truth is that correct yeah so that's very much tied up with a christian significance also im englischen gibt es ja noch den begriff belief und der bedeutet eigentlich unser glaube faith bedeutet etwas weniger also belief im englischen bedeutet dass man an bestimmten glaubenssätzen auch hängt also den glauben schenkt und faith im englischen ist eigentlich eher diese qualität der vollen hingabe ja ja also ich glaube wir meinen dasselbe but whatever whatever you feel comfortable with i don't want to impose my english vocabulary womit du dich immer gut fühlst i don't er will nicht seine englischen begrifflichkeiten hier aufschlücken ich habe keinen nee also ich kenne mich mit englischer sprache nicht so aus und es ist ja auch wirklich immer ein kultureller hintergrund wie er schon sagte und vom gefühl her was er zum außen gebracht hat da kann ich mich dem völlig anschließen also von von den fühlen sie express oder als sie kann completely agree und es scheint mir zu verstehen ist es nicht eher problematisch zu haben als eine Motivation für eines Praktischen Anxiety so wenn es eine Emphasis auf die Teachings des Rebirths es immer leidt zu einem bestimmten Degree Anxiety wenn jemand glaubt in es und das combined ist das also der fact it cannot actually be verified in one´s experience it just needs to be believed yeah eindringt er immer problematisch in mein view so um i rather like the approach of many vipassana teachers for example who quite leave the subject of rebirth out because there is enough to recognize in terms of suffering in this life yeah which is sufficient as a motivation for one´s practice of liberation yeah Also ich habe gefragt, ob es problematisch ist, wenn man Angst als Motiv für die eigene Praxis hat. Und wenn ein Schwerpunkt auf den Lehren von Wiedergeburt liegt, ist es unweigerlich der Fall, dass auch eine gewisse Angst aufkommt. Das in Verbindung mit der Tatsache, dass Wiedergeburt nicht verifizierbar ist, das ist also im wahrsten Sinne des Wortes ein Glaubenssatz, den ich nur glauben kann, macht es dann noch problematischer. Und meine Frage war, ob das als Inspiration für die eigene Praxis in Ordnung ist. Und ich schätze so den Ansatz des Vipassana. Viele Vipassana-Lehrer lassen ja das Thema Wiedergeburt weitgehend außen vor. Das kann ich gut nachvollziehen auf dem Grunde, weil es eigentlich genug an Leiden im Leben zu erkennen gibt. Und wenn das erkannt wird, genügt das als Inspiration oder Grund für die eigene Praxis. Also deswegen verstehe ich nicht, warum Wiedergeburt zur Stadt betont wird. Also für das eine Leben würde ich mich nicht anstrengen. Nein. For this one life, she would not exert her, Serge. Only for something. Wenn es drei Dinge nicht gäbe, nämlich Geburt, Altern und Sterben. Es würden gar keine Erwachten erstehen. Aber Geburt, Altern und Sterben und dann die Fesseln und dann Gier, Hass und Blendung. Das geht doch alles weit, weit über das eine Leben hinaus. Von daher würde ich also auch doch meinen, dass die Wiedergeburt ist unverzichtbar, dass sie geordnet in den Menschenköpfen eingebaut ist. Denn alles, was wir dazu denken, ob wir positiv oder negativ dazu eingestellt sind, alles ist glaube ich, wir wissen nichts darüber. Aber die Wiedergeburt ist das Logischste von allem dabei. Alles andere ist überhaupt nicht erklärbar, bleibt irgendwo im Nebel. Und von daher würde ich doch meinen, das kann man nicht beurteilen. Geburt, Alter und Krankheit bezieht sich voll und ganz auf dieses Leben. Ebenso Verblendungen. Das ist in keinster Weise ein Hinweis auf Wiedergeburt. Das ist Leiden, das man hier in diesem Leben erfährt. Das kann ich sagen. Birth, old age and death seem to suggest also delusions that there must be rebirthed. Das war eine der Punkte, er sagte, in defense von meinem Argument, dass diese Qualität sehr viel referiert ist, dass diese Qualität sehr wichtig ist, dass das Leben erfährt. Das bedeutet, dass das Leben erfährt. In dieser Leben erfährt, in dieser Leben erfährt. Ich verstehe nicht die Punkt, dass er sich gemacht hat. Es war nicht so, ich meine, es war ein starkes Emphasis auf die Necessity der Beliefe in Reapers. Aber vielleicht ist es gut, wenn Sie first einen Antwort auf den Punkt geben. Was ich sagen würde, ist, dass, of course, Anxiety ist ein disturbance zu der Praxis. Since if one's mind is filled with Anxiety, dann kann man nicht, nicht zu sprechen über Praxis, aber man kann nicht even lead a peaceful, normal life, let alone a life of meditation practice. But what one has to do is, say, confront these realities of life that are things taught by the Buddha and accept them as, call these laws of the nature of the universe, the laws of the universe, the fact that there are other realms of existence, that our actions, that it's our volitional actions, that lead us from one realm of existence to another, that unwholesome actions can, very likely will lead us to undesirable realms of rebirth. In fact, I'd say that a recognition of the law of karma is a very important check on the tendency to unwholesome behavior. And also, when one recognizes that unwholesome behavior stems from unwholesome states of mind, then it's an understanding of this law of karma that reminds us of the need to control, to change, to transform our state of mind. Maybe at this point you should translate. Also, im Grunde sagt er, dass dieser weitere Kontext, also der Vorstellung, dass es die Wiedergeburt gibt, also aus der Sicht des Buddha, ist eine wichtige Quelle für die Motivation für die Praxis. Soweit ich es jetzt verstanden habe, vielleicht habe ich nicht alles verstanden. Und in dem Zusammenhang gilt es ja auch, das Thema Karma zu reflektieren und zu kontemplieren. Und das ist praktisch ein Mittel, um immer wieder auch den eigenen Geist sich genau zu betrachten und was die Auswirkungen der eigenen Motivation sind, ob jetzt kurzfristig oder eben auch längerfristig. Und das ist so die Hauptquelle dafür, dass man praktisch die Motivation in sich entwickelt, den Befreiungsweg zu verwirklichen. Okay, and then I would say that it's an understanding of this nature of samsara that helps us understand more deeply the nature of the mind as taught by the Buddha, because then we can understand how the defilements have different layers within the mind. Also wenn wir die Natur des Samsara verstehen, dann können wir auch die Natur des Geistes verstehen. Okay, okay, okay. Also wenn wir den Prozess der Wiedergeburt, wie vom Buddha gelehrt wird, nachvollziehen, dann hilft uns das auch, die Natur des Geistes tiefer zu verstehen. Weil dann verstehen wir, dass unsere Bindung an den Daseinskreislauf, den Samsara, bedingt ist von den tiefsten Verblendungen in unserem Geist. Und dann können wir auch verstehen, dass wenn wir den Befreiungsweg des Buddha praktizieren wollen, und dann können wir auch verstehen, dass wenn wir den Befreiungsweg des Buddha praktizieren wollen, wir diesen so weit verwirklichen müssen, dass er die Verblendungen auf dieser tiefsten Ebene des Geistes auswurzelt. Wenn man nicht dieses Verstehen von Samsara teilt, sondern nur auf dieses Leben bezogen ist, dann kann man nicht dieses Verstehen von Samsara teilen, dann kann man vielleicht einen Zustand der friedvollen Gleichmutz verwirklichen, aber man bleibt dann dabei stehen. Aber wenn man understands that one is kept in bondage to Samsara by what the Buddha calls the Asavas, or some texts the Anusayas, the flowing tendencies or the underlying dormant tendencies, then we understand that the practice of the Dharma has to be pursued to the point that the Asavas or the Anusayas are completely eliminated. Ja, wenn wir also diesen Zusammenhang zwischen Daseinskreislauf und diesen unheilsamen Einflüssen dann sind die Asavas, also diesen zugrunde liegenden Tendenzen Anusayas im Geiste, also den Verblendungen zugrunde liegend. Wenn wir den Zusammenhang verstehen, dann wird uns klar, dass wir also so weit gehen müssen, um auch von diesen zugrunde liegenden Tendenzen frei zu werden, wenn wir ganz frei werden. And I think without an acceptance of the teaching of rebirth, the nature of Samsara, one won't have the motivation, the incentive for carrying the practice to that full and final stage of development. Ohne das Verstehen oder die Annahme von Wiedergeburt, meint er, hätte man nicht die Motivation in sich, um den Befreiungsweg in diesem vollen oder tiefsten Sinne zu verwirklichen, also dass er auch die tiefsten Wurzeln der Verblendungen beseitigt. I think without that confidence or trust in that aspect of the teaching, one wouldn't even know that such a stage of attainment or development exists. Ja, ohne Vertrauen in diesen Aspekt der Lehre, also von der Wiedergeburt, käme man wohl auch nicht dahin, zu erkennen, dass es einen solchen tiefen Befreiungszustand geben kann. Weil der eben bedeutet, was diese füllige Frage hat. But definitely one should practice with an understanding of these, we call these laws or nature of existence, but not in a state of disturbance or anxiety, because that will just block one from practicing successfully. Ja, also man sollte da einen Mittelweg gehen, dass man praktiziert mit einem Verstehen dieser Lehren, aber ohne ein Gefühl von Angst oder gestört sein, weil das würde die Praxis behindern. But occasionally one can use reflection on these themes as a way of strengthening one's determination and resolve for undertaking the practice. Aber man kann gelegentlich Reflexionen über diese Themen anstellen, um die eigene Entschlossenheit zu stärken, also diesen Befreiungsweg zu verwirklichen. So we have in one of the themes that's used in the monk's reflection, is a reflection on what's called the Eight Sangvega Vattu, the Six Bases for Sangvega, a sense of urgency. Also eine der Reflexionen ist über die gewisse Vergegenwärtigungen, um ein Gefühl von Dringlichkeit in sich aufzubringen. And these are birth, old age, illness and death. Und diese Vergegenwärtigungen sind Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Then a Paya, that's the lower realms of existence. Then the unheilvollen Daseinsebenen. Then the suffering that we've undergone in the past in Sangsara. Then the suffering that we've undergone in the past in Sangsara. Then the last, the eighth one, is the suffering bound up in the search for food. Yeah, und dann auch das Leiden, das da mit der Suche, der ständigen Suche nach Nahrung verbunden ist. Also diese Vergegenwärtigungen dienen dazu, ein Gefühl von Dringlichkeit aufzubringen. Nahrung, ist nur die körperliche oder auch die anderen? Is nourishment you mean only the bodily food or also other forms of nourishment? In this case it's only the bodily nourishment that's meant. Well, I think that is an urgent issue at the moment because I think it concerns the whole livelihood. Securing one's livelihood. I mean in these times where there is so much unemployment and insecurity for people, this is a very urgent matter. In this case? Yeah. Also es ging um Nahrung und ich habe gefragt, also das würde doch wohl den ganzen Bereich von Lebensunterhalt sichern umfassen. Der ja in der gegenwärtigen Zeit, wo viele Leute keine Arbeit haben, arbeitslos sind und, naja, die größten Probleme haben, wäre es ja eine sehr dringliche Sache. Und ja. Also Biko Bode sagte, ja, ist nicht nur das Essen, sondern dieser ganze Komplex. So in other words, the interpretation of Samsara is just different levels of consciousness Es gibt ja diese Interpretation vom Somsara, dass diese Daseinsebenen als reine Bewusstseinszustände verstanden werden. Und da habe ich ihn gefragt, wie er die folgende Aussage Ajahn Chahs kommentieren würde, der mal gesagt hat, wenn man Hass erfährt, ist man vom menschlichen Zustand herabgefallen und in der Hölle wiedergeboren. Er hat von der menschlichen Zustand geblieben und in der Hölle wiedergeboren wurde. Während dieses Lebens. Ja, ja, sicher. Im Zustand des Hasses ist man vom menschlichen Zustand herabgefallen und in der Hölle wiedergeboren. Und was ein Kommentar zu solchen Verständnissen. Are you sure Ajahn Chah said that, not Ajahn Buddhadasa? No, in this case Ajahn Chah. I still have to contrast it with statements that I find in the Pali texts which speak about Kayasa Bheda Parang Marana Apayam Vinipatam Dugatting Nirayan Upapajati. With the breakup of the body, after death, he is reborn in the plane of misery, the lower world, the bad destination than it can be in hell or in the animal realm or in the realm of spirits. So, I mean, say Ajahn Chah or sometimes these other Ajah Chahs, they might speak this way in the context of giving a discourse for a special purpose. But I'm sure if you corner Ajahn Chah and say, do you really mean to deny that there is a realm of hell in which beings who, people who commit acts like killing, stealing, are reborn, I'm sure he would not say, no, I don't believe in any kind of separate hell as a realm of rebirth. Also, er hat dann zitiert, Grundaussage in Pali-Kanon, wo es sehr wirklich zu verstehen ist. Also, nach dem Zerfall des Körpers wird man wiedergeboren, real, in einem unguten Zustand, wenn das Karma entsprechend ist und so weiter. Also, das würde er im Gegensatz dazu stellen, also so eine Aussage. Und er ist der Meinung, dass Ajahn Chah solche Aussagen sicher nur in einem bestimmten Kontext gegeben hat. Und wenn man ihn wirklich daraufhin befragen würde, ob er jetzt Wiedergeburt verneint, dann würde er das sicher verneinen. Also, er würde auch die Wiedergeburt bejahen, im wörtlichen Sinne die Wiedergeburt. Also, ich bin ein psychischer Anführer, aber ich habe jetzt hier mit Wiedergeburt, weil ich habe es so verstanden, wenn ich jetzt in diesem Leben, jetzt so, mein Geist so entwickle, und so, diese Leben, so direkt von Gier und Verblendung, von Schmerz, Hass und alles, so mich befreie. Dann befreie ich mich wirklich so, und diese Samsonrat, diese Kreislauf, entdehne ich. Also, ich werde nicht mehr wiedergeboren. Also, weil ich diese Zustände erreicht habe. Denn wieder gibt es auch eine Gier, dass ich wiedergeburt bin. Aber wenn ich das auch davon befreit werde, dann laupe diese Kreislauf auch nicht mehr, dann ich werde auch nicht wiedergeburt. So, Pesci. Ja, also, sie sagt, dass diese Qualität, wie Kreis und so weiter, sie sind die engine, die die Samsonraten gehen. So, wenn ich mich frei von ihnen, dann werde ich nicht wiedergeburt. Und das ist wie sie das versteht. Ja. Ja, das ist korrekt. Deswegen, ich will jetzt konzentrieren jetzt auf meinen Geist, ne? Ich muss meinen Geist so beobachten, kultivieren, dass ich jetzt so diesen Zustand so bilden mache, Schimmel mache. So ist das, ne? Dass ich mein Leben jetzt lebe. So ist das, ne? So denke ich mal. Nicht immer in Zukunft, dass ich wiedergeburt habe, sondern dass ich in diesem Moment mein Leben, mein Geist beobachte und das kultiviere, das gut lebe. Ja, which would also imply that actually very much about in this moment now to have states of heaven by becoming liberated from states like greed and so on. And that's what, for her, the past is mainly about. Anyway, what I say, if anybody has trouble accepting the idea of rebirths, other realms of existence, don't worry about it and don't struggle with it. Just put it in brackets, but don't deny it and don't fight against it, don't argue with it. Just put it in brackets and practice the aspects of Dharma that one could see for oneself here and now. Ja, ich würde also einfach vorschlagen, dass wenn jemand Probleme hat mit dem Thema Wiedergeburt, dann sollte man es einfach in Klammern setzen und sich fokussieren auf die Aspekte des Dharma die also mit der Praxis und der Befreiung hier und jetzt zu tun haben. But also study the teachings that have come down in the canonical texts and that helps one to develop a broader picture of the Dharma and to see the teachings within which the practice unfolds. Ja, aber man ermutigt auch dazu, dass man also die Lehren, die originalen Lehren auch studieren sollte, um den weiteren Kontext kennenzulernen, in dem diese Befreiungslehren gegeben wurden und zu verstehen, ja, welchen letztlichen Zielen die eigentlich dienen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde Ihnen herzlich bedanken bei Biko Budi, bei dir auch, Hans, für die wirklich hervorragende und fachgerechte Übersetzung, das ist wunderbar, sind wir sehr dankbar. Ich würde mich auch beim Lehrenkreis bedanken dafür, dass Sie es überhaupt ermöglicht haben, dass Biko Budi heute Abend hier ist, dass Sie ihn zu uns ins Haus gebracht haben. Also herzlichen Dank an Sie alle. Und kommen Sie wieder nach Hause. Danke. Nur wollen wir noch einige Minuten Ruhe haben, um den Übergang von hier nach draußen zu stellen. Some minutes silent.